Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und heute ist tatsächlich ein sehr, sehr historischer Tag. Ich habe es ja schon öfters angesprochen und jetzt ist es endlich soweit. Zum ersten Mal ist mein Aktienportfolio über die Marke von 100.000 Euro gesprungen. Es ist einfach total verrückt und ich habe es ja immer wieder gesagt, es könnte vielleicht vom 30. Geburtstag reichen. Und jetzt hat es zumindest einmalig, man weiß ja nie, was kurzfristig an der Börse passiert, aber zumindest die 100.000 Euro Marke ist da einmal durchaus knapp und kurz vor meinem 30. Geburtstag. Er ist ja im August, aber es hat auf jeden Fall geklappt und ich bin persönlich darüber sehr, sehr glücklich. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen jetzt hier aus. Der Monat aktuell sehr, sehr positiv hier mit knapp plus 2,5%. Was jetzt hier in meinem normalen Portfolio einen Wert macht von 96.000 Euro. Dazu kommt mein Venture Depot, das auf diesen Monat wieder sehr positiv performt mit hier plus 4,7%. Was da passiert ist sowieso total abgespaced irgendwie dieses Jahr. Knapp ist so plus 62,47%. Ich habe es ja schon öfter gezeigt, letztes Jahr dafür hier eine absolute Katastrophe und ein Totalausfall, das Portfolio. Aber dieses Jahr sehr, sehr positiv und wer von euch, ja finde ich ist, und ich habe es ja auch schon gesagt, jetzt irgendwie zwei, dreimal, aber 96.000 plus dann eben 4.458 Euro ergibt kombiniert. Tja, über 100.000 Euro und ich habe mal nachgeguckt jetzt eben, das hat auch ein Momentchen gedauert. Also ich habe damals im Februar 2017 angefangen mit meinen ersten ETF-Sparplänen. Da war damals der MSCI World mit dabei, der Dow Jones ETF und eben der DAX ETF. Davon ist nicht mehr alles da. Das ist jetzt natürlich das falsche Portfolio gewesen und zwar hier. Der ist noch da, ja aus der Anfangszeit. Dann hier unten, der ist noch da aus der Anfangszeit und den DAX ETF hatte ich dann irgendwann mal, ja auch verkauft. Aber die waren so meine ersten drei ETF-Sparpläne, die ich damals hatte. Und ja, dann habe ich Mitte des Jahres dann damals angefangen, die ersten Einzelaktien dann dementsprechend auch zu besparen. Da waren also Kandidaten dabei, wie eine Microsoft, wie eine Apple. Und ich tracke das Ganze jetzt ganz, ich sage mal jetzt minutiös und sauber ab dem 01.01.2019. Und seitdem hat sich natürlich auch im Portfolio einiges getan. Ja, wir können hier mal reingucken. Das habe ich hier auch immer am 01.01.2019. Da ist dann, ja, Portfolio hat sich seitdem auch sehr, sehr schön weiterentwickelt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Natürlich auch viele, viele Einzahlungen, ja, die dann damals gelaufen sind. Das darf man dann natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und ich habe euch mal so einen Rechner mitgebracht. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich mache das mal ein Tickchen kleiner hier und ziehe das andere mal rüber, damit wir hier zusammen drauf gucken können. Ein sogenannter, ja, Zeitspannen-Berechner. Was sagt der aus? Und zwar seit der Ausführung des ersten Sparplanes bis eben heute. Das heißt, von dem, ich nenne es jetzt mal 0. investierten Euro bis heute, bis zu den 100.000 Euro, hat es gedauert 2326 Tage. Das ist schon auch eine Menge, muss man einfach so sagen. Also, 2326 Tage oder eben 6 Jahre, 4 Monate, 15 Tage oder eben 76 Monate und 15 Tage. Und ich habe jetzt eben natürlich, ich muss auch nicht nehmen lassen, mal auszurechnen, was bedeutet das eigentlich, ne? Das heißt, in diesen 76, ich habe es mal aufgerundet, damit es für mich jetzt eben einfacher zu rechnen war, 77 Monate, ja, ich habe jeden Monat einen Zuwachs gehabt, ne? Das ist dann die Kombination aus Einzahlung. Das meiste war natürlich Einzahlung, können wir gleich auch nochmal im Portfolio-Performance gucken. Aber die Mischung aus Einzahlung und eben Kursgewinne waren im Schnitt in diesen dann 77 Monaten knapp 1300 Euro jeden verdammten Monat. Oder auch pro Tag 43 Euro. Jeden Tag 43 Euro. Das ist auch echt eine wahnsinnige Summe Geld und sowieso 100.000 Euro zu knacken. Und ich glaube, jeder, der jetzt vielleicht anfängt, weiß oder kann sich vorstellen, boah, das ist so unfassbar weit weg. Und das war für mich damals auch, als ich angefangen habe, ne? Das war einfach so krass weit weg und du konntest dir nicht vorstellen, das irgendwann mal so zu erreichen. Und die Summen, mit denen man natürlich auch angefangen hat zu investieren, die waren ja ganz, ganz andere, als sie zwischendurch waren oder auch als sie heute sind. Sondern da hat man wirklich ganz, ganz klein mit wenig Geld angefangen und hat das aber eben kontinuierlich beibehalten, durchgezogen. Mit der Zeit ist es dann immer mehr Geld natürlich auch geworden, das ich dann investieren konnte. Und das ist dann dementsprechend, ja, das Ergebnis nach sechs Jahren und vier Monaten und ein paar Tagen. Also es ist schon Wahnsinn, wie lange man dann doch auch braucht. Der ein oder andere von euch ist dann auch mit Sicherheit schneller am Ziel gewesen. Der ein oder andere braucht vielleicht auch noch ein Momentchen, bis er dort ist. Aber zumindest kann man sagen, ja, das ist ja immer so dieses, wenn du es schaffst, bis zum 30. Lebensjahr da die 100.000 Euro zusammen zu haben und du irgendwie von deinen 7 bis 8 Prozent historischer Rendite ausgehst und das mal fortschreibst, dann braucht man sich zumindest, ja, erstmal keine Gedanken aus heutiger Perspektive über das Thema, ja, Altersarmut machen. Das heißt, die Altersvorsorge, unabhängig davon, was jetzt der Staat dann am Ende macht oder nicht macht, ist erstmal aus heutiger Perspektive. Soweit gesichert, es wird bestimmt irgendwas vom Staat geben, wie das Ding dann aussieht, heißt, wie auch immer, keine Ahnung. Wir werden es gemeinschaftlich irgendwann mal rausfinden, aber damit hat man schon mal, ja, einen enormen Meilenstein auch geschafft. Und was mich natürlich direkt interessiert hat und wie man es eben auch gesehen hat, die Jahre, in denen ich dann da investiert habe, das braucht man sich ja auch keine Illusion jetzt hier hingeben, aber wenn man sich das mal anschaut, das waren ja jetzt erstens überwiegend positive Jahre, das ist das eine, das andere, aber auch da Jahre dabei gewesen, die überhaupt nicht gut waren, ja. Das gleiche sehen wir hier, wenn wir rübergehen, ne, letztes Jahr, oder wir machen mal hier, seitdem ich das aufgelegt habe, seit dem 01.01.2021, da sieht man auch das Jahr, auch wenn das 23er, wie wir eben gesehen haben, sehr, sehr positiv war, das Jahr 2022 hat das Portfolio hier komplett auseinander zerpflückt, ja, auseinandergenommen. Jetzt sieht es dann wieder deutlich besser aus, mittlerweile auch wieder eine positive Performance hier in dem Portfolio drin, aber trotzdem sind die Jahre ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich, ja. Von daher kann man zwar mit etwas Historischem rechnen, die Realität sieht dann doch aber auch immer noch mal ein bisschen anders aus, unabhängig davon, ne, habe ich es mir nicht nehmen lassen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe irgendwie sechs Jahre und vier Monate gebraucht, wie lange werde ich denn voraussichtlich brauchen, ja, um die zweiten 100.000 Euro mir zu holen, ähm, und, äh, da gehe ich jetzt mal davon aus, ich schaffe es, ohne zusätzliches Geld zu investieren, einfach auf dem Niveau, auf dem ich gerade investiere, weiterhin dabei zu bleiben, ähm, dann dauert das für 200.000 Euro 4,27 Jahre, also deutlich, deutlich kürzer, ja, als jetzt die sechs Jahre und vier Monate. Das würde bedeuten, ich wäre irgendwie, ja, 34,3 Jahre alt. Das Ganze hat mich natürlich dann auch weitergehend interessiert, ne, äh, von 200 auf 300.000 Euro wären es dann, ähm, nur noch 3,3 Jahre, ne, dann wäre ich 37,5, ja, und wenn wir dann das Ganze nochmal machen, das hat mich interessiert, so Richtung 40, ähm, na, da wäre ich etwas über 40 und da wären dann da auch die 100 oder beziehungsweise die 400.000 Euro voll und man sieht eben, ne, ähm, das geht dann ruckzuck runter von den sechs Jahren und vier Monate auf 4,27, auf 3,31 und dann sogar auch nur noch 2,7 Jahre. Das heißt, das Ganze wird sich dann hoffentlich, ähm, und ich nehme euch sehr, sehr gerne weiterhin mit auf der Reise in den nächsten Jahren dann auch nochmal, ja, hoffentlich, äh, etwas beschleunigen. Aber unabhängig davon ist es, äh, auf jeden Fall einfach eine, ja, unfassbar tolle Sache zu sehen, dass diese Dinge, die man macht und wo man immer hofft, hey, äh, dass das in die richtige Richtung geht und dass das für einen passt und so weiter, ähm, dass das sich dann auch lohnt, ja, und wir sehen hier nochmal, äh, relativ schön von denen hier jetzt zumindest 96.000 Euro sind 16.900, knapp 17, ähm, eben, ja, die Kursgewinne, die da erwirtschaftet worden sind, das heißt dann da eben auch 69.000, ähm, Euro, ne, Moment, ist das richtig? 70, doch, 10, 80, 7, ja, 79.000, ähm, Euro sind da hier damals oder bis dato investiert worden und die restlichen 17.000 Euro sind dann da. Kursgewinne kommen direkt, das ist natürlich das Ganze ein bisschen auf einem kleinere Niveau, wenn man sich das hier anschaut, aber, ähm, wir sehen es dann hier zumindest nochmal Delta im Berichtzeitraum, Kurserfolge 270 plus die 117, also diese 347 Euro, die dann natürlich deutlich, äh, geringer sind und dann da auch gar nicht, äh, ja, so dermaßen ins Gewicht fallen und man sieht hier auch, ne, dass da damals hier der Corona-Crash, also durchaus auch, ähm, ja, die eine oder andere Krise, die das Portfolio dann auch schon mitmachen durfte, ja, und, ähm, man sieht aber trotzdem, es geht weiterhin von links unten nach rechts oben, auch wenn hier jetzt mal doch die eine oder andere Durststrecke, gerade auch im Jahr 2022 mit dabei war, bisher im Jahr 2023, äh, ja, läuft es für beide Portfolios natürlich super, hier, äh, mit knapp plus 10% und das Kondirekt-Depot ist ja sowieso, ähm, also das Venture-Depot, äh, das ist ja sowieso, ja, in einer ganz, 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 ganz anderen Liga, ähm, da aktuell dann eben auch unterwegs. Ja, verrückt, ähm, ich bin unfassbar stolz, dass es, äh, geklappt hat, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre so bringen und, ähm, ja, mein Appell an euch, falls ihr es noch nicht geschafft haben solltet, ja, äh, die 100.000 Euro erstmalig zu überschreiten, bleibt dran, bleibt wirklich dran, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen dauert es kürzer, versucht wirklich diszipliniert langfristig bei der Sache zu bleiben und, ähm, ja, ja, da, da wundert man sich manchmal und auch jetzt, ne, wie schnell dann doch die Zeit auch vergeht, ja, und mir hat es dann doch immer auch sehr stark geholfen, einfach diese automatisierten Sparpläne zu haben, nicht jedes Mal nochmal aufs Neue nachdenken zu müssen, äh, in was investiere ich jetzt, ist es jetzt ETF A, B, welche Einzelaktie, oh, nochmal irgendwie einen Stein umgedreht und nochmal einen, Sondern, dass man eben auch gerade in Phasen, äh, wo vielleicht die Börse nicht das absolut Wichtigste im eigenen Leben ist, weil es auch noch, äh, andere Dinge, äh, gibt, mit denen man sich so auseinandersetzen kann und möchte, ähm, da eben, ja, so ein bisschen im Autopilot unterwegs zu sein und trotzdem eben regelmäßig und fleißig zu investieren und da wundert man sich manchmal, was da doch nach so ein paar Jahren da zusammengekommen ist. Ja, dann würde ich sagen, ähm, auf die nächsten hunderttausend sozusagen, ja, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und, äh, falls ihr noch darunter liegen solltet, drücke ich euch, äh, natürlich die Daumen, ähm, dass ihr fleißig weiter dabei bleibt und, äh, dass es möglichst zeitnah, ähm, auch klappt und wenn ihr jetzt erst angefangen habt, vielleicht als kleine Motivations, ähm, Anstoß einfach dran zu bleiben, Gas zu geben, ähm, ähm, es ist mehr möglich, als man, ja, mit den ersten paar Sparplänen irgendwie denkt, wenn man dabei bleibt und wenn man versucht, das Geld so ein bisschen zusammenzuhalten und, ähm, für alle, die, die drüber sind, ähm, und auch natürlich vor mir drüber waren, auch mega geil, glaube wirklich, wenn man es geschafft hat, aus eigener Kraft die ersten hunderttausend Euro zusammenzubekommen, ähm, dann wird das dann hoffentlich, ne, wir werden es sehen, äh, bei den zweiten hunderttausend Euro dann ein Tickchen leichter. Vielen Dank, bis dahin, bleibt gesund, euer Sven.